In einigen Landesteilen werden die Lebensmittel allgemein knapp. Brüchte, Gemüse, Eier sind fast nirgends mehr zu bekommen. Auch Treibstoff ist bereits in den ersten Provinzen ausgegangen. Das heißt, in Panama herrscht Chaos, weil die Straßen im gesamten Land blockiert werden. Vor allem natürlich die Panamerikaner, die das gesamte Land durchzieht. Hier mal ein Bericht sozusagen von der Front, was die Hintergründe sind und was sie zu bedeuten hat. Und was es für mich persönlich bedeutet in diesem kurzen, außerplanmäßigen Vlog. Im ganzen Land werden aktuell die Straßen blockiert. Im westlichen Teil des Landes sind sie dabei dauerhaft zu. Im östlichen Teil sind die Sperren teilweise nachts abgebaut, sodass man möglicherweise um 2 Uhr nachts eine Chance hat, 100, 200 Kilometer in Richtung der Stadt zu fahren und auch dort anzukommen. Der Grund dabei liegt offensichtlich, oder das ist zumindest der allgemein erklärte Grund, in einem Vertrag über eine Mine. Hier ist es so, dass der frisch unterzeichnet wurde und die größte Mine Mittelamerikas, die in Panama liegt, in der Kupfer abgebaut wird, um die dreht es sich. Was hier genau im Einzelnen ist, will ich hier mich nicht zu weit aus dem Fenster wagen, denn ich muss hier klar anerkennen in dem Kontext, dass dies etwas ist für die Panaminos selber. Mich persönlich betrifft es nicht in diesem Maße, denn sich Sorgen zu machen über langfristige Umweltverschmutzungen, sich Sorgen zu machen über irgendwelche möglichen Schwermetalle oder über ein ungerechtfertigtes Ausbeuten des Landes, das ist für mich irrelevant, bis ich die Staatsbürgerschaft angenommen habe und mich entschieden habe, hier dauerhaft für immer mit meinen Nachkommen zu bleiben. Solange bin ich zwar kein Gast, weil ich permanenter Resident bin, aber ich bin eben auch kein Einheimischer, der im Idealfall natürlich in Generationen in die Zukunft denkt. Grundsätzlich ist es so, dass es zwei Lager gibt. Das erste Lager dominiert dabei völlig. Das sind die, die sagen, mit dem Vertrag wird das Land ausverkauft. Einerseits seien die Beträge viel zu gering, zum anderen seien die Lizenzen viel zu weit greifend. Sie würden unberührte Natur zerstören. Die Minengesellschaft würde auch noch andere Mineralien mitnehmen und so weiter und so fort. Hier haben sie also Probleme. Die andere Geschichte, die andere Seite ist die, die sagen, die ganzen Probleme begannen, weil eine sehr radikale Gewerkschaft es nicht geschafft hat, den Fuß in die Tür zu bringen und daraufhin das gesamte Land aufgehetzt hat, inklusive Fake News. So gehen Nachrichten herum, wonach irgendwie zwei Drittel des Landes, gehen Bilder rum, wonach zwei Drittel des Landes bereits Mineralienlizenzen verteilt seien und entsprechend wohl, wenn dort welche gefunden würden, würden einfach die Leute vertrieben werden, um dort Mineralien abzubauen. Hier also einerseits die Überhauptung, das seien alles Fake News, so auch der Hinweis zum Beispiel, wenn man Gold in einer Kupferminie findet, dann gibt man das Gold generell nicht ab, sondern die Mine baut dort schlicht alle Mineralien ab, die sie findet. Solche Dinge kommen da zusammen, wie zum Beispiel der Vorwurf, dass die Umweltverschmutzung sei, wird dann erklärt, nein, die forsten natürlich nicht in einer aktiven Mine auf, aber sie würden aktuell große Aufforstungsanstrengungen an anderen Teilen des Landes durchführen, etc. pp. etc. pp. auch Befürchtungen bezüglich des Kanals wird widersprochen, sie würden das Wasser lokal einsammeln, der Kanal sei davon nicht betroffen, sie würden mehr Strom produzieren, als sie selbst benötigen und die Allgemeinheit versorgen. 8.000 Jobs, sehr gut bezahlte hängen dort dran und 40.000 Jobs hängen indirekt dran. Das Land bekommt dazu irgendwie 350, 370 Millionen Dollar im Jahr. Wie dem auch sei, für mich ist es nicht notwendig, dass ich hier erkläre, welche der beiden Seiten recht hat. Ich muss mich nicht auf eine Seite schlagen. Der Endeffekt ist, dass in diesem Land die Entscheidung diesbezüglich ist, dass man die Straßen blockiert. Und das muss ich ehrlich sagen, kann ich schwer nachvollziehen. Denn wenn ich die Regierung zum Nachgeben bezüglich eines Minenvertrages zwingen will, warum hindere ich dann meinen Nachbarn daran, zur Arbeit zu gehen? Warum hindere ich den anderen Nachbarn daran, einkaufen zu gehen? Warum blockiere ich ganze Provinzen, die aktuell keinen Nachschub erhalten, keinen Treibstoff erhalten? Und damit richte ich natürlich erheblichen wirtschaftlichen Schaden an. Viele Unternehmen haben einfach ihre Arbeit eingestellt, weil die Arbeiter nicht zur Arbeit erscheinen können. Oder wenn sie zur Arbeit kommen, kommen sie nicht mehr nach Hause. Das ist der aktuelle Zustand und bedauerlicherweise ist die schon zum zweiten Mal der Fall. Das war letztes Jahr bereits, ich glaube, fünf Wochen lang dieser Art, dass die Straßenblockaden aufrechterhalten wurden. Damals ging es um zu hohe Treibstoffpreise. Daraufhin hat die Regierung nachgegeben und eine Subvention der Treibstoffpreise durchgeführt, die nach meinen Berechnungen im Milliardenbereich gelegen haben müssten. Ich habe leider noch keine endgültigen Zahlen dazu gefunden. Aber also eine Unmenge Geld wurde dafür ausgegeben, um den Treibstoffpreis künstlich bei 85 Cent pro Liter zu halten. Daraufhin kamen dann sofort ein paar weitere Forderungen gegen Korruption, gegen zu hohe Bezahlung für Abgeordnete und so weiter. Bevor dann der Protest so langsam auslief und nach fünf Wochen alles wieder ruhig war. Weil sie natürlich mit diesem Protest erfolgreich waren, ist jetzt wieder ein Protest. Und jetzt ist es so, die letzten Nachrichten sind, dass zunächst sollte, ich glaube, am 17. Dezember eine Volksbefragung stattfinden bezüglich der Minen. Dann wurde bereits ein Dekret erlassen, was weitere Minenlizenzen verbietet. Und jetzt ist wohl gerade das Parlament dabei, diesen Vertrag mit der Minengesellschaft für ungesetzmäßig zu erklären und ihn damit de facto aufzuheben. Der große Nachteil dabei ist für mich natürlich, den ich sehe, ist, dass das Volk mit einer allgemeinen Sabotage der Öffentlichkeit zu seinen Zielen gekommen ist, erfolgreich damit war. Und damit ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann dies erneut passiert und erneut möglicherweise über Wochen Menschen eingesperrt werden. Für mich persönlich ist es so, dass ich die Anlegen verstehen kann, auch wenn ich nicht weiß, ob sie gerechtfertigt sind oder nicht. Aber die Art und Weise der Umsetzung finde ich sehr problematisch, denn sie schränkt mich in ganz erheblichem Maße ein. Und nicht nur mich, sondern alle anderen. Und nicht etwa die Mine. Es wird nicht die Mine blockiert. Es wird nicht die Regierung blockiert und nur diese, sondern es wird schlicht und ergreifend jeder blockiert. Jeder wird damit eingeschränkt. Aber die Mehrheit scheint dahinter zu stehen. Und das habe ich natürlich zu akzeptieren. Sollte dies sich wiederholen und ich gehe fest davon aus, dass es sich wiederholen wird, dann werde ich wohl darüber nachdenken müssen, was dies für mich für persönliche Konsequenzen zufolge haben wird. Denn dass ich in einem Land wohne, in dem ich regelmäßig einmal jährlich ein bis zwei Monate zu Hause eingesperrt bin, unter Risiko, wo, wenn ich einen medizinischen Notfall habe, ich den Arzt nicht erreichen kann oder mir einen Hubschrauber auf eigenen Kosten besorgen muss, wo vielleicht Medikamente ausgehen, die ich benötige, wenn ich eine Erkrankung habe, wo mir frisches Obst und Gemüse ausgeht, weil die Geschäfte nicht durchkommen. Das ist für mich kein Zustand, der akzeptabel ist. Ich habe in der Vergangenheit in dem letzten Blog schon darüber gesprochen, dass unter anderem das Wasser für drei Tage ausgefallen ist. Schlicht und ergreifend, weil die Arbeiter, die die Wasserröhren ersetzen sollten, nicht durchkamen wegen der Straßenblockaden. Die Tanks, die so lange geschickt werden sollten, um die Wasser-, also die Tank-LKWs, um die Wassertanks vollzuhalten, die kamen ebenfalls wegen der Straßenblockaden nicht durch. Das ist die aktuelle Situation. Dazu gab es auch etwas Gewalt. Es gab etwas Plünderungen. Es gibt Berichte über Überfälle in einigen Teilen, wo, wenn die Leute zu Fuß die Blockaden überquert haben und ich habe von einem Augenzeugen gehört, der in einer Stadt vor der Stadt, in La Chorera, das ist so eine kleinere Stadt im Großraum Panama-Stadt, dass man dort Geld verlangt habe, als die Straßenblockade aufgelöst wurde. Das heißt, die Leute wurden auch noch gezwungen, dafür zu bezahlen, überhaupt weiterfahren zu dürfen. All das sind sehr negative Entwicklungen, muss ich klar sagen, sehr bedenkliche Entwicklungen. Und ich werde sie mir anschauen müssen. Ich respektiere dieses Land und ich versuche, mich daher mit meiner Kritik zurückzuhalten. Aber in diesem Fall sind die Maßnahmen sehr schwer nachvollziehbar. Gerade diese allgemeine Blockade, nicht etwa der Betroffenen, nicht etwa der Schuldigen, nicht etwa der vermeintlich Schuldigen, sondern schlicht von jedem. Es wird einfach das gesamte Land sabotiert. Man hält die Luft so lang an, bis die Regierung tut, was man will. Und da dies auch noch von Erfolg gekrönt ist, wird es sich wahrscheinlich wiederholen. Nun, das ist der Stand hier. Wie gesagt, ich werde es mir anschauen, wie es sich künftig entwickelt. Und dann hat der Eigentümer des Hauses nebenan mein letztes Video gesehen und möchte ein paar Dinge korrigiert sehen zu dem Selbstmord. Und daher betone ich, will ich hierbei erklären, vorlesen, dass der Eigentümer betont, der selbst derjenige, der Suizid begangen hat, hatte Flüge für seinen Rückflug. Er hatte Bargeld, er hatte eine Kreditkarte und er hatte Telefonnummern, die er anrufen und hätte um Hilfe bitten können und auf diesen Telefonnummern war Guthaben. Das heißt, er hätte alle Möglichkeiten gehabt. Das ist mir entsprechend gesagt worden und dementsprechend habe ich das jetzt aus seiner Sicht korrigiert. Und dabei belasse ich dieses Thema für den jetzigen Moment. Das war es soweit von meiner Seite. Wenn Sie das interessant fanden und mehr aus dem Leben in Panama erfahren wollen, wo es doch ein wenig anders ist als in Europa, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie den Kanal abonnieren, die Glocke klicken. Hinterlassen Sie einen Kommentar, wie Sie darauf reagieren würden, wenn Sie wochenlang zu Hause eingesperrt wären und die Straßen nicht passieren könnten. Nicht etwa, weil der Staat irgendwas macht, sondern weil einfach reguläre Zivilisten die Straßen blockieren. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann klicken Sie doch Gefällt mir, damit der Algorithmus es anderen empfiehlt. Ansonsten an der Stelle möchte ich natürlich gerne noch meine anderen YouTube-Kanäle und meinen Twitch-Kanal empfehlen. Die sind ebenfalls in der Beschreibung. Aber das war es dann soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank für's Zuschauen.